Hallo und herzlich willkommen in der Autoküche in Domsgill-Werkstatt. Heute machen wir miteinander Short-Trips und zwar geschmarrte Short-Trips mit einer schönen asiatischen Soße. Mein Name ist Lam Heinzle, ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Dazu habe ich hier wunderbare Short-Trips vom Metzger geholt, toll marmoriert, wunderbar tolles Fleisch. Ich bin wahnsinnig glücklich mit dem. Das allererste was ich machen muss, ich muss die Knochen auslösen. Dazu schneide ich da am Knochen entlang runter und zwar nicht mehr einer Seite vom Knochen. Das ist schön große Stücke gekriegt. Am besten die Knochen zu sich drehen, sieht man schön, wo man runterschneidet. Da kann man sich am Knochen führen lassen und man kriegt wunderbar schöne Stückchen her. Dann drehe ich sie um und schneide einfach am Knochen entlang, dass ich das Fleisch von den Short-Trips ohne Knochen da liege habe. Einfach vom Knochen führen lassen, dann kriege ich so schöne rechteckige Fleischstücke. So, ne. Letzte. Das kleine Fleischstücke neben dem Knochen löse ich an weg. Das gebe ich dazu zur Soße. Jetzt gebe ich mir ein bisschen mehr Dampf mit der Soße. Die ich habe. So, ne. Nichts verschwenden. Das ist nix, 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 nix. So. Das hacke ich mir gleich ein klein zusammen. So. Gut so. So. Dann haben wir da einen Dutch-Oven. Da kann man die Fleischstücke, die kleine da rein. Dann erlege ich die große dazu, die Short-Tripsstücke. So. Dann kommt dazu Knoblauch. Zwei gute Esslöffel vom Ding-Ding. Asiatischen Rühlgewürz. Und zum Schluss habe ich da so einen Sud gemacht. Aus Sojasauce, Ingwer, Honig und etwas Chili. Das ist ziemlich süss. Und jetzt schütte ich das über meine Short-Trips drüber, dass sie schön bedeckt sind. Genau so. Perfekt. Deckel zumachen. Auf der Grill. Funktioniert auf dem Kamado, genauso wie auf dem Gasgel. Wichtig, indirekte Hitze. Circa 160 Grad. Lassen wir nie einmal drei Stunden schmoren. Und dann schauen wir weiter. Deckel zu. Auf der Grill. Und in drei Stunden schauen wir wieder. So. Und als Beilage dazu, zu diesem Short-Trips, den asiatischen, machen wir einen süß-sauer Gurtensalat. Dazu nehmen wir einen guten Weinessig. Ein paar Esslöffel Zucker. So. Jetzt ist der Zucker aufgelöst. Und jetzt haben wir die fein geschnittenen Essig, äh die fein geschnittenen Salatgurken. Da haben wir in den süßen Essig rein. Und das machen wir ungefähr 15 Minuten ziehen lassen. Und immer wieder umrühren. Dass die Gurka süß-saure Aroma nehmen. So. Die Gurka-Salat ist fertig. Also die eingelegte Gurka, die süß-sauer, die hebe jetzt mit der Pinzette raus. Da muss man das ein wenig abtropfen lassen. Legsen wir da in den Teller. Schönes Beet machen, um das Gurka. Okay. Und jetzt schauen wir, was die Short-Trips machen. So. Oh, ja. Okay. Okay. So. Oh ja. Ah, Thomas war ein Stück. Jetzt kommen so grob fein gehackte Erdnüsse aufs Ganze. So, wie gesagt, so gehackte Erdnüsse, gesalzen ist ganz wichtig, gesalzene Nüsse. Und jetzt holen wir noch ein kleines Koriander, Rettl. Unser heutiges Rezept. Geschmorte Short Ribs in asiatischer Soße aus Soja, Honig, Ingwer, Limette, Knoblauch. Dazu süß-sauer eingelegte Gurka, gesalzene Erdnüsse und Koriander. Ein schönes asiatisches Gericht. Musik 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 Musik